So, wunderschönen guten Abend meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update Video hier bei JB Trading, deinem YouTube-Kanal von Trader, für Trader, wenn es ums Krypto-Trading geht. Wir schauen uns gleich gemeinsam an, was macht Bitcoin und Ethereum. Wir warten alle sehnsüchtig auf die News, wird der Ethereum ETF genehmigt, ja oder nein. Was könnte es für den Kurs bedeuten? Schauen wir uns natürlich gleich an. Erstmal kommen wir zur ganzen Analyse, was ist bei Bitcoin. Bitcoin läuft immer noch seitwärts. Er macht noch keine wirklichen Anstalten zu korrigieren, was erstmal gut ist. Wir kriegen hier keinen Verkaufsdruck rein. Wenn wir sehen, was wir hier bekommen haben, wo wir uns in dieser Region aufgehalten haben, gab es starke Abverkäufe. Stand jetzt ist noch nicht viel da, aber wir hatten auch hier keinen großen Abverkauf oder keinen großen Verkaufsdruck erstmal und dann ging es erst richtig runter. Genauso wie hier auch erstmal keinen großen Verkaufsdruck und danach ging es auch erst richtig runter. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist Bitcoin, darf er hier auch sein Ziellevel zu Ende bringen. Dieser Bereich liegt bei 74.700 bis 78.000 US-Dollar. Er muss hier nicht nochmal korrigieren. Wie gesagt, wir haben hier schon eine Stabilitätphase gehabt in dieser Seitplatzphase und es hat dann hierher geführt, dass wir hier hochsteigen in diese untere rote Linie, in meinen Mega-Block. Schauen wir mal. Er darf auch zurückkommen. Er darf auch nach oben gehen. Es ist uns egal. Wir können nicht sagen, er macht das oder das. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Er geht hoch oder runter. Nur wenn er hoch geht, kassieren wir Profite ein. Wenn er runter geht, sind wir wieder im Markt drin und eröffnen eine neue Long-Position und schauen wir mal, wie es hier weitergeht für die nächsten Stunden. Bei Bitcoin, es gibt nicht wirklich viel zu sagen. Wir können uns noch hier intern anschauen. Habe ich morgen auch in der privaten Signalgruppe mitgeteilt, was kurzfristig passieren kann. Es ist auf den 30 Minuten Teilfilm. Dem dürfen wir aber absolut keinerlei Gewichtung, was das Trading angeht, geben. Es ist nur zum Beobachten ein mögliches Szenario, dass wir hier aus diesem Bereich hier von 70.597 US-Dollar bis hoch zu 71.439 US-Dollar, dass wir aus diesem Bereich, falls wir hier nicht höher gehen als die 72.100, dass wir von hier aus eine Korrektur sehen, eine kleine Korrektur in unserem Trendwende-Bereich ins PC-Korrektur-Level. Dieses Level liegt bei 66.100 bis runter zu 62.735 US-Dollar. Das ist eine Möglichkeit, was wir heute beobachten sollten, die nächsten Stunden, dass wir hier so etwas sehen. Von der Abwärtsstruktur und der Gegenbewegung nach oben würde es passen. Wir haben hier, wenn wir das hier wirklich, aber das ist der kleine Timeframe, würde ich nicht handeln und schon gar nicht shorten. Wir haben ja hier einen ersten Abwärtsimpuls gesehen, eine korrektive Aufwärtsbewegung. Jetzt sollten wir normalerweise den nächsten Impuls sehen, so etwas, so etwas und dann hier ins Ziel-Level reingehen, ist eine Möglichkeit. Wie gesagt, traden würde ich das auf gar keinen Fall. Wir können das beobachten, dieses Level. Schauen wir uns auch von dem Ziel-Level her an, ob das passen würde in unseren bullischen Trendwende-Bereich, in die lila Box nach unten. Und ihr seht es hier, wenn wir FIP ziehen nach System, dann würde es uns genau, sollte dieses High jetzt bestehen bleiben, würde es genau uns in diesem Bereich runterbringen. Knapp unter 66.000 bis runter zu 64.800. Wie gesagt, solange wir noch kein bestätigtes Top hier in dieser gelben Box haben, ist es nur eine Vermutung. Es ist eine Mutmaßung. Ich kann es nicht sagen, ob der Markt das auch wirklich jetzt so macht. Es ist nur zum Beobachten. Aber es würde halt passen. Sollten wir jetzt auch hier höher gehen, zum Beispiel jetzt auf die 71.4, 71.6. Ja, es würde alles, trotzdem, ihr seht es ja hier, wie sich hier das Ziel-Level verschiebt. Es würde alles in dieses Ziel-Level reinpassen. Also, dass wir hier einen Überschneidungsbereich bekommen, in diesem Bereich bei knapp 66.000 US-Dollar. Das wäre auch mein Primärszenario, dass wir auf die 66 runtergehen könnten, oder dass wir die 66 halten, falls wir runtergehen. So, nicht, dass wir jetzt, es ist nicht mein Primärszenario, dass wir runtergehen. Ich glaube, nach wie vor, dass wir erstmal weiter nach oben gehen, Richtung Ziel-Level. Wie gesagt, können wir nicht wissen, was der Markt macht. Wir können nach Wahrscheinlichkeiten handeln. Also, aber das ist erstmal ein Szenario, wo wir uns anschauen müssen, für die nächsten Stunden. Ich platziere das mal so, als ob das High schon drin wäre. Wie gesagt, das ist nicht bestätigt, das ist einfach nur eine Mutmaßung von mir. So könnte es sich jetzt ausspielen, die nächsten Stunden, die nächsten Tage. Wochenende steht vor der Tür, heute ist Mittwoch, morgen schon Donnerstag. Könnte sein, dass wir hier eine Korrektive, dass wir hier runtergehen, in diesen Trendwende-Bereich und von hier aus dann nächste Woche Bullish starten. Habe ich schon einmal in einem der letzten Videos euch erklärt. Also, das ist für heute, für die nächsten Stunden. Schauen wir mal, ob wir hier runtergehen, in diesen Trendwende-Bereich, oder ob wir hier nach oben durchziehen, Richtung Ziel-Level. Wird spannend. Auch der Kollege Ethereum macht noch keine Anstalten zu korrigieren. Das ist nach wie vor das gleiche Level, das Gesamtkorrektur-Level von dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Das liegt bei 3.316 US-Dollar bis runter zu 3.016 US-Dollar. Hat sich nichts verändert. Wir haben hier erstmal diese Highs rausgenommen. Was erstmal wichtig ist, dass wir hier in diesem Order-Block natürlich rejected werden. Erstmal ist auch vollkommen normal. Wir sehen uns das letzte High von dort an. Und ihr seht hier, dieses Low hier, wo wir hier dann durchgebrochen sind, bietet erst einmal Widerstand. Ganz normal gehört dazu. Ganz normale Marktreaktion. Ja, da liegt Liquidität. Das sehe ich ohne Heatmaps. Ich bin ein Genie, glaube ich. Ja, das ist ganz normal. So funktionieren mal die Märkte, ja. Also, bei Ethereum gehe ich aber nach wie vor davon aus, oder ich gehe erst einmal davon aus, dass wir etwas höher steigen sollten. Ich will nur nicht, dass diese Sequenz hier zu Ende ist. Einfach das Ziel-Level sollte noch etwas höher genommen werden. Im besten Fall um die 3.960. Die obere Kante hier. Im besten Fall natürlich diese Highs hier rausnehmen. Schauen wir mal, ob sich das hier so ausspielt. Oder ob wir jetzt die Korrektur sehen. Der Markt darf korrigieren jetzt. Aber will ich noch nicht sehen. Ich will, dass er noch etwas höher geht. Ein minimales Higher High. Und im besten Fall hier diese Highs rausnehmen bei 4.100 US-Dollar. Schauen wir uns einfach mal an. Und jetzt kommen wir zu einer These, die ich gerne in den Raum werfen will. Und ihr mir bitte in die Kommentare reinschreibt, ob das totaler Humbug ist. Oder ob das für euch auch Sinn machen könnte. Oder ob ihr schon ähnliche Gedanken habt. Oder sagt ihr einfach, hey, der Typ da hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Bin ich auch ganz bei euch. Ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also, wenn wir uns das hier anschauen, auf dem 12-Stunden-Timeframe. Wir warten ja alle auf die Entscheidung der SEC wegen dem Spot ETF von Ethereum. Es kann sein, wenn wir uns das hier anschauen, wenn der Spot ETF genehmigt wird, dass wir hier komplett eskalieren bei Ethereum. Wenn wir uns das hier anschauen, das All-Time-High liegt bei knapp 4.890 US-Dollar. Wir sind jetzt dann nicht mehr allzu weit entfernt bis zum alten All-Time-High. Es kann sein, dass wir mit der Genehmigung vom ETF hier komplett nach oben durchschießen und Richtung 5.000 oder 6.000 US-Dollar gehen. Wie komme ich drauf? Es macht einfach, wenn wir uns das hier anschauen, was Bitcoin gemacht hat, vor seiner ETF-Approvement, also vor seiner Genehmigung. Sehen wir hier, das war in diesem Bereich hier. Hier wurde der ETF genehmigt. Der Markt hat danach eine Korrektur erst einmal gesehen. Alle haben dann gesagt, ETF-Schwachsinn bringt nicht. Der Markt verkauft ab. Und danach ist der Markt hier nach einer kleinen Korrektur, ist der Markt hier nach oben komplett durcheskaliert. Es kamen im Fluss rein, ja, täglich mehrere hundert Millionen. BlackRock, Fidelity und so weiter, die ganzen Big Player haben dann den Kurs hier nach oben geschossen. Die Retailer, so wie du und ich, sind hinterhergegangen. Teilweise ich nicht, aber ein Großteil ist bestimmt hinterhergegangen. Und so haben wir dann hier komplett nach oben durcheskaliert. Und der Markt hat hier... 85% nach oben, ja, in einer Bewegung ohne Korrektur. 85% ist Bitcoin nach oben geschossen. Und das ist Bitcoin. Bitcoin hatte schon eine Marktkapitalisierung von knapp einer Billion US-Dollar, ja. Und trotzdem hat sich der Preis, ja, wenn wir vom Low ausgehen, sogar noch etwas höher, ja, 90% ist der Preis nach oben geschossen, ja, 90%. So, jetzt, wenn wir uns das mal anschauen mit dem Bitcoin, mit der Zulassung vom ETF und sagen wir mal, ja, der Ethereum-Kurs kann sein, dass er schon diese Korrektur hinter sich hat, diese Korrektur, wo Bitcoin hier hatte, in diesem bullischen Trendwende-Bereich, hier, diese Abwärtsbewegung kann sein, dass das bei Ethereum diese Abwärtsbewegung war und wir jetzt schon die ersten Vorboten vom Approvement sehen können, ja, vom ETF. Kann sein, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass wir hier nochmal eine Korrektur sehen, so wie bei Bitcoin ähnlich. Es ist natürlich auf gar keinen Fall so eine große Korrektur wie damals bei Bitcoin. Ja, hier sind es, glaube ich, schauen wir uns das mal gleich an. Es sind knappe 10, 11, 12, 13, 15, 20%. Wenn überhaupt, ja, damals bei Bitcoin, sind wir hier, wann kam das? Anfang Januar, sind wir hier bei Bitcoin 20% korrigiert, ja. Also ihr seht schon, es könnte hinhauen, dass wir ähnliche Bewegungen jetzt bei Ethereum sehen oder dass wir vielleicht noch etwas höher gehen, dann mit dem Approvement vom ETF runtergehen in diesen Trendwende-Bereich und dann von hier aus komplett nach oben durcheskalieren. Nehmen wir mal das Beispiel, Bitcoin 80, 90%, wobei ich denke, der Ethereum könnte deutlich, deutlich stärker nach oben durchziehen, falls er die gleichen Bewegungen macht wie Bitcoin. Dann schauen wir uns einfach mal die obligatorischen 80, 90% an. Wo würde Ethereum dann stehen? Bei knapp über 6.000 US-Dollar, 6.300 US-Dollar. Ja, es ist natürlich keine Prediction, aber es würde Sinn machen, da würden wir auch hier das alte All-Time-High natürlich rausnehmen. So wie hier bei Bitcoin haben wir auch mit Hilfe von den ETFs das alte All-Time-High rausgenommen. Nur denke ich, Ethereum wird in diesem Bullenzyklus, wird der Bitcoin nach wie vor, denke ich, wird den outperformen, was die Gains angeht, ja, einfach rein von der Marktkapitalisierung her und was dahinter steckt, hinter dem Projekt. Ja, ist für mich ganz ehrlich mehr wert als Bitcoin mittlerweile, weil Bitcoin einfach von zu vielen großen Institutionellen gehalten wird und er nicht mehr dezentral sein kann, ja. Wenn BlackRock und alle Großen oder die Winkelwurst-Brüder, habe ich auch einen Kommentar bekommen, stimmt, die haben ja auch noch einen Aufen, Bitcoin mit jeder Firma. Ja, denke ich mal von den Gains her, von der prozentualen Veränderung wird Ethereum-Bitcoin outperformen und dann könnten wir da hingehen. Schauen wir uns mal an, da würden wir auch hier übergeordnet eine größere Sequenz aktivieren, falls sie da wirklich so hoch gehen und diese Sequenz hat C-Level, hier oben habe ich euch ja schon einmal eingezeichnet, das könnte das Bullenmarkt top sein, ja, dass wir hier die 8600 bis 10400 US-Dollar sehen und das könnte sein, dass wir dann von hier aus bei Ethereum hier nach oben schießen, dann eine Korrektur sehen, eine längere Korrektur und dann von hier aus, wenn alle sagen, es war es mit Bitcoin oder mit dem Krypto-Bullenmarkt, dann von hier aus noch einmal hochziehen und dann werden hier alle euphorisch und dann kommt erst die richtig große Korrektur, eventuell der Krypto-Winter-Bärenmarkt, der neue kann sein. Dieses Szenario ist für mich sehr, sehr plausibel, dann würden wir hier auf jeden Fall dieses High, dieses alte All-Time-High richtig schön rausnehmen, auch von der Bewegung her würde es ein deutliches High-High im Vergleich zu diesem hier sein und somit würde sich dann hier ein BC-Korrektur-Level von dieser großen orangenen Struktur, wo sich gerade bildet, halten und dann von hier aus dann nochmal rund auf die 5000 US-Dollar zum Beispiel und dann von 5000 auf 10.000 und dann war es das. Das ist von mir eine Theorie, es würde sich halt vom Preis her wirklich fast identisch mit Bitcoin zeigen, also wenn das wirklich so ist, dann sieht es nicht schlecht aus. Also lasst mich gerne wissen in die Kommentare, was haltet ihr von dieser Theorie? Spinnig? Oder denkt ihr, hey, eigentlich gar nicht so blöd die Idee? Ja, schreib es mir mit dir rein und ich würde sagen, das war es mit dem Update-Video. Wie gesagt, wir können nichts machen. Bitcoin und Theorie machen, keine Anstalten zu korrigieren. Ist einfach wie immer, wir können nur warten, das, was der Markt macht. Jetzt geht Bitcoin auch schon etwas höher wieder. Wie gesagt, shorten auf gar keinen Fall den Markt. Wir können nur warten, was der Markt macht. Wenn er runterkommt, gut. Wenn er weiter hochsteigt, machen wir Gains und ist noch besser. Also liebe Leute, danke fürs Zuhören. Wenn dir dieser Content gefällt und dir mein Gerede hier, ja, ich wollte schon geschwafelt sagen, wenn es dir gefällt und du sagst, hey, was der da erzählt, hat Hand und Fuß, ist logisch, macht Sinn, dann lass doch gerne das kostenlose Abo da, ein Kommentar und ein Like. Natürlich würdest du mich und diesen Kanal pushen, dass wir steigen und wir weiterhin von solchen wunderschönen Druck-Huppa-Duppa-Kerzen profitieren können hier gemeinsam und ich würde sagen, das war's dann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwochabend. Bleibt mir gesund und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Update-Video. Euer Joe. Macht es gut und Tschau, tschau Leute. Tschau, tschau Leute.